People that are red colorblind see only a two, green colorblind people see only a four. Dancing Polish-Nik? Eine Stunde? Eine Stunde? Das geht eine Stunde! Ehrenlos, wenn das Video nicht ganz guckt. Kann man eventuell eine Zehn-Stunden-Version machen, ich will nicht jede Stunde auf Wiederholen-Button drücken. Oh mein Gott, Alter. Same energy. How does Nix see the colors? Warte, ganz kurz. Normal Vision, Protonomaly, Theutonomaly, Triadomaly, Ancromatomaly. Protonopia, Deuteranopia, Tritanopia, Ancromatosopsi. Digga, ich glaube, um das euch ein bisschen zu verdeutlichen, wie ich Farben erkenne, ihr seht anscheinend das hier, aber für mich sieht das ja auch schon wieder falsch aus. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich glaube, was bei mir ist, ist, glaube ich, das hier unten. Da unten ist aber kein Gelbton. Ah, warte. Dann hier? Nein. Hier? Geht auf jeden Fall in so eine Richtung. Dachte, du hast Rot-Grün. Ja, okay, ich kann aber auch blauen Lieder nicht von anderen erscheinen. Irgendwie habe ich eine allgemeine Schwäche, so, würde ich sagen. Nik auf dem Track, also Always Lost. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Richtig nice one. Nik, wenn er in den Spiegel schaut. Oh Gott, Alter, wieso erschreckt mich dieser Lappen so sehr? Wenn du deinen Tag verplant hast, weil oft der ist und Nik dann doch streamt. Das sorry. Und du deinen Tag Freitag freigehalten hast und Nik dann nicht streamt. I'm happy, but I'm sad. Settings. Who made Streak? 45.600. Imposter Streak 5. Smile, weh. Everywhere I go, I get this. Ist so true, Alter. Ich finde, alle Memes sollten nur noch an Niks Schwächen angepasst werden. Me makes me colorblind people can't see. Colorblind people. Okay, da ist nix. Da sieht jetzt aber auch nichts drin, oder? Nein. Da ist was. Wie, du hast es gesehen? Was ist da, was du hackern? Pikachu? Chat, ihr seid so lost. Ich kann das nicht sehen. Als ob ich meine Schwäche fake. Price Pikachu Face. Ich sehe da gar nichts. Da sind einfach nur Punkte. Da sind einfach nur Farbpunkte. Da ist nichts drin. Oh Mann, ich würde euch das so gerne zeigen, ne? Pass auf. Ich screenshote das einmal ganz kurz, wie ich das sehe, okay? Das sieht quasi so aus. Seht ihr das jetzt? Ach nee, das sieht ja immer noch so aus. Ähm, also, ich weiß nicht. Wie kann ich euch das zeigen? Wie kann ich euch das zeigen? Kann ich euch das überhaupt zeigen? Extra für dich. Warte ganz kurz, Paddel. Chat, sieht das so aus? Da ist ein Picache. Okay. Aber wo soll denn das sein? Oh Mann. Ach, Chat. Das ist so traurig, oder? Jeder sieht das, außer ich. Und ich denke mir so, ich bin einfach Kern. Ich weiß nicht, ob man das üben kann oder sowas, aber ich versuche jetzt, die Zahlen zu finden, okay? What do you see? Okay, da ist nichts. Da ist keine Zahl. Chat, da ist keine Zahl. Seven? Is Seven? Da ist keine Zahl. Most color people won't see this number clearly. Ja, ich sehe da nicht mal unclearly. Es ist gar nichts. Nichts. Wieder, wieder mal. Da ist nichts. Wo soll denn da eine Sechs sein? Okay, sehe ich da irgendwo eine... Sehe ich da irgendwo? Ne. Doch. Oh, warte, warte, warte. Eine Zwei? Und... Siebenundzwanzig? Ist eine Siebenundzwanzig, oder? Eine Fünfzehn? Hä? Oh mein Gott, ich habe echt ein Damage. Ey, ich schwöre, das könnte eine Siebenundzwanzig sein für mich. So ganz, ganz, ganz unscheinbar. Ey, es ist eine Siebzehn, Chat. Es ist keine Fünfzehn, es ist eine Siebzehn. Okay, Chat, ich habe schon mal mehr Zahlen gesehen als ihr. What do you see? Okay, das ist ganz klar, das ist eine Vier. Das ist ganz klar eine Vier. Hä? Zweiundvierzig? Bei mir ist nur die Vier. Bei mir ist hier nur die Vier. Guck mal, bei mir, ich sehe nur... Ich sehe, Chat, ich sehe nur diese Vier hier. Nur eine Vier. Da ist keine Zwei bei mir. People that are red colorblind see only a two. Green colorblind people see only a four. Okay, also ich bin green colorblind, Chat. Okay, deswegen habe ich nur die Vier gesehen. Ähm, das ist eine... Das ist eine Fünf. Das ist eine Fünf. Eine Drei. Okay, da ist wieder gar nichts. Och, Mann. 73. Was seht ihr hier? Okay, hier steht schon eine Fünf, aber da sehe ich auch wieder gar nichts. Ja, das ist für mich eine ganz klare Zwölf. Also hier sehe ich eine ganz klare Zwölf. Guck mal, Chat, so müssen meine Farben sein, damit ich die gut voneinander unterscheiden kann. Das ist jetzt für mich ganz klar und deutlich eine Zwölf. So müssen für mich die Farben sein, damit ich sie erkenne. Hier ist wieder eine... Oh, doch, eine Drei. Eine Drei. If you see a three, you are most likely red-green colorblind. Okay, ich bin ja... Ich habe ja auch eine rot-grün-Schwäche. Chat, ihr kennt... Was? Ihr könnt dieses Drei nicht sehen? Ihr könnt die Drei nicht sehen? Chat, ich sehe hier ganz deutlich eine Drei. Nein, das ist keine Acht. Oh mein Gott, ihr seid alle schwach. Ihr habt alle eine Schwäche. Oh, schade. Wie fühlt sich das wohl an? Oh. Ach so. Das ist eine Acht. Oh. Ja, aber Chat, pass auf, da ist doch der Beweis. Ich sehe eine Drei. Ihr seht eine Acht. Und jetzt übertragt das mal aufs echte Leben. Wenn jemand sagt, hey, die Sache ist so und so, aber der andere sagt, nein, es ist so und so. Und jeder hat so seine Überzeugung. Das Ding ist, man kann manchmal einfach nicht die Meinung des anderen verstehen, weil wenn ihr mir sagt, das ist eine Acht, aber ich sehe hier eine Drei. Und ich sage euch, es ist eine Drei, aber ihr seht da eine Acht. Wie wollen wir denn jemals auf dem Nenner finden? Wisst ihr, was ich meine? Und manchmal ist es einfach im Leben so, dass zwei Menschen sich einfach nicht verstehen können, weil sie so unterschiedliche Sachen sehen. Und beide haben aber trotzdem recht. Ich habe recht, weil ich eine Drei sehe. Und jemand anderes hat recht, weil er eine Acht sieht. Jetzt folgt mich doch nicht wieder. Eine Zwei. Eine Zwei. Ja, keine Ahnung, man. Es ist doch echt schön. Auf jeden Fall ist da gar nichts zu sehen. Ich werde von einem Pferd gefickt. Ich werde von einem Pferd gefickt. Warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Guck mal, so ist das gemacht, weil du eine andere Zahl siehst als wir. Warte, ganz kurz. Warte, ganz kurz paddeln. Eine Drei. Und dann andere Farbe, Pepega. Jo, dankeschön. Vielen Dank für die Aufklärung. Jetzt checke ich auch, wie das funktioniert. Ich werde von einem Pferd gefickt. Untertitelung des ZDF, 2020